Herzlich Willkommen zu Dummy Kompakt mit mir, Susanne von der Hunde Schule Jagdfieber. Hier geht es rund ums Dummy Training und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was aktuell auch in meiner Podcast Episode läuft. Hat denn einer von euch eine Idee, was das Thema war? Es war nicht so ein schönes Thema wie sonst. Ja, sonst rede ich ja mal gerne über den Spaß und was es da alles so gibt. Aber diesmal war es leider, habe ich einmal gedacht, das fehlte noch und da muss man auch mal was zu sagen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, einer von euch hat das gehört und zwar geht es um Verletzungen im Dummy Training. Das Ding ist einfach, Dummy Training ist nun mal ein Sport, wo sich ein Hund auch verletzen kann. Und ich hoffe für euch, dass euch euer Hund noch nicht verletzt hat. Meine haben alles schon mal durch. Also zum Glück noch nicht so was wie diese Knie Geschichten. Das ist ja immer ganz eklig und langwierig und schmerzhaft und so weiter. Aber Krallen, abgerissen, angerissen, Oberschenkel aufgeschnitten, diese Daumen, hier nicht diese Daumen, diese kleine Böppel hier. Abgesäbelt, weil man auf Scherben bremsen musste. Zahn ausgeschlagen. Ja, also die Geschichte ist lang, aber es waren noch drei Hunde. Das muss ja auch sein, das sammelt sich ja mit der Zeit. Das Ding ist, was ich zumindest immer so für ein Problem damit habe, wenn denn dann, wenn dein Hund sich verletzt im Dummy Training, ist das immer so ein bisschen das Gefühl, der hat sich nur verletzt, weil du mit ihm Dummy Training machst. Ja, also weil, weil ich meinen Hund jetzt gerade in die Suche geschickt habe, hat der sich hier einen Stock in die Seite gerammt. Ja, oder ins Maul oder irgendwie so. Es ist halt, es ist halt ein Sport und der ist in der freien Natur. Und die Hunde lieben es so dermaßen, dass sie dann manchmal auch mal so, ja, gaga-mäßig durch den Wald rennen. Und das ist für mich dann immer ganz, ganz blöde, dass dieses Gefühl, was man dann hat. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ja, wenn man den Hund jetzt nicht auslasten würde. Ja, sagen wir mal, okay, man geht nur sicherheitsmäßig, ja. Man geht nur auf Spaziergang, nur auf Leine und immer schön bloß nichts passieren, Warte passen. Ist ja auch doof. Ja, wozu hat man dann das Leben? Also das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich diese eine Episode gemacht. Zum einen, weil ich euch damit auch sagen wollte, dass ihr halt vorbeugen könnt. Ja, also man kann ja Verletzungen vorbeugen. Alle, ihr im Team Jagdfieber, ich weiß gar nicht, Elke sehe ich gerade, du bist auf jeden Fall mit dabei. Katrin glaube ich auch. Ja, genau. Wenn sowieso. Christel auch. Ja, sicher. Ihr habt ja die Aufzeichnung von, ähm, mit dem Interview mit Carmen Heretier im Team Jagdfieber unter Training. Da geht es ja genau darum, dass man den Hund ein bisschen aufwärmt, dass man Warm-up-Übungen macht. Da haben wir uns über unterhalten, wie man es verhindern kann, dass der Hund sich dort verletzt, ja. Und, ähm, falls du dich da jetzt noch mal, ähm, ja, falls ihr das noch mal angucken möchtest, schau da rein. Und für alle anderen habe ich ja auch jetzt diesen Podcast noch gemacht. Und, äh, nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Morgen gibt es ja den Bonus, also dieses Interview mit Carmen Heretier war ein Jahres-Abo-Bonus. Also jeder, der im Jahres-Abo ist im Team Jagdfieber, kriegt immer am 5. eines Monats, also 5. Donnerstag eines Monats, ähm, einen Bonus, ja. Immer eine Live-Veranstaltung von irgendwas, weil es gibt normalerweise vier Donnerstage in einem Monat und immer am 4. Donnerstag, also immer am Donnerstag kommen neue Sachen raus im Team Jagdfieber. Und manchmal gibt es halt einen 5. und dann gibt es immer ein extra Ding. Und weil jetzt im März das alles ein bisschen blöd terminlich liegt und auch gerade aktuell ein bisschen was schwierig ist, wird es diesen Jahres-Abo-Bonus morgen geben, am Freitag. Welcher ist heute? 16. Also der 17. Februar wird es einen Jahres-Abo-Bonus geben. Falls du das noch nicht mitbekommen hast im Team Jagdfieber und du bist im Team Jagdfieber und du bist im Jahres-Abo, dann morgen 20 Uhr. Da geht es um Halten, ja. Das ist, ich habe endlich eine Technik gefunden, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, ja, so kann man einem Hund das Halten beibringen, ne. Deswegen, das ist, ähm, das ist das. Genau. Und Christel, du hast vollkommen recht. Nämlich an der Leine können Hunde nämlich auch gebissen werden von anderen oder so, ja. Genau. Und mit Kindern ist es auch nicht anders. Hast du recht? Man kann sie ja nicht einpacken, ja. Wenn ich immer denke, beim Turnen, oh mein Gott, nein, nein, nicht das. Sie hat es geschafft. Ja. Okay, äh, das dazu. Verletzungen. Vorbeugen. Es gibt aber auch Ausrüstung, die man sich anschaffen kann, ja, mit den ganzen, na, Mänteln und so weiter. Und dass die Hunde warm sind, dass sie nicht so kalt starten und so weiter. Das erzähle ich alles in der Podcast-Episode. Auch, wie man herausfinden kann, ähm, wenn der Hund, sage ich mal, mehr so ein harter Hund ist und sagt, ne, ich bin nicht verletzt. Niemals, ja. Darüber rede ich auch, dass, wie man das herausfinden kann, ob der wirklich, ob das jetzt einfach nur ein, ich habe kein Bock verhalten ist oder ein, ich habe, es tut mir weh und deswegen kann ich das gerade nicht tun verhalten. Da ist ein großer Unterschied und manchmal erkennt man den Unterschied nicht so ganz. Und was wir aber heute machen wollen, ist, was man trainieren kann, wenn die Verletzung in Anführungsstrichen wieder gut ist, ja. Sagen wir mal, dein Hund hat sich verletzt, das Go vom Tierarzt ist da, du darfst wieder Dummy-Training machen. Mein Hinweis, nicht direkt mit, und jetzt machen wir eine Dreifach-Markierung über weite Felder mit Sprung und los geht's, ja. Nicht in die Vollen gehen, sondern ich würde immer noch versuchen, erstmal die heftigen Sprünge, heftige Sachen, also, kommt natürlich auch an, was für eine Verletzung das auch war, aber alles, was so heftig ist, was so mit viel krassen Stopps zu tun hat, wo der Hund sich schnell drehen muss. Das würde ich erstmal versuchen zu vermeiden. Und das Problem ist, wenn man den Hund nämlich zum Beispiel auf eine Markierung schickt, dann will der das sehr dringend. Das heißt, der stoppt da manchmal auf dem Dummy und dann fliegen die Funken, ja. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen habe ich euch eine Aufgabe für diese aktuelle Podcast-Episode mitgebracht. Wenn du die auch haben möchtest und noch nicht in der Trainingsgruppe Jagdfieber bist, ja, das ist mein Newsletter, meine kostenlose Trainingsgruppe. Per E-Mail bekommt man dann alle Aufgaben jeweils zur aktuellen Podcast-Episode. Dann kannst du dich da anmelden. Ich habe es hier irgendwo hingepackt. Habe ich das hier hingepackt? Ja, genau. www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann kannst du dort auch die aktuelle Aufgabe, die ich jetzt gleich Zeichne bekommen. So, genau. Ich schalte mal um. Also, lass mich kurz mal hier. So, also. Das Ding ist, wenn man einen verletzten Hund hat oder nicht, man hat ja keinen verletzten Hund, sondern einen Hund, der sich so ein bisschen, ja, der wieder auf dem Weg der Besserung ist und auch schon wieder aktiv werden darf, sollte man halt nicht gleich mit Markierungen und weite Entfernung und so weiter arbeiten. Deswegen arbeite ich super gerne mit einer Suche, ja, weil in einer Suche kann der Hund in Anführungsstrichen selber bestimmen, wie schnell er ist, wo er lang geht, ob er da unbedingt wirklich rüber muss. Und beim Voran zum Beispiel musst du ja darauf bestehen, nein, du hüpfst jetzt über diesen Baumstamm, ja. Und bei einer Suche sind sie frei und können sich körperlich ein bisschen einfacher verhalten. Und hier war jetzt die Idee, dass man X1 hat und X2. Hier hat man D1 und hier hat man D2, D3, D4, ja. So. Das heißt, das ist die Suche. Das hier legt man zuerst hin, je nachdem, wie gut dein Hund schon ist. Also, wenn du einen fortgeschrittenen Hund hast, kannst du das ja auch als Blind arbeiten, ja. Muss immer mal beim Himmel gucken. Zeitlicher Versatz. Also entweder legst du es so hin, dass dein Hund nicht gesehen hat oder du legst es einfach hin und dann schickst du deinen Hund hier in die Suche. Bei der Aufgabe wurde ich gefragt, Susanne, was ist das denn? Ist das jetzt eine große Suche, eine mittlere Suche, eine kleine Suche? Das kommt drauf an. Das ist ja das Schöne an der Sache. Du kannst das hier machen, wie du möchtest. Du kannst hier eine große Suche draus machen. Hallo Silke. Oder du kannst auch eine kleine Suche draus machen. Du kannst sagen, okay, mein Hund soll mal ein bisschen laufen, aber, ja, also das Gebiet ist nicht so schwierig, sag ich mal, aber er soll schon laufen. Das heißt, dann ist das hier, was weiß ich, 20 Meter und dann ist das hier, na, 15. Ja? Sagen wir einfach mal, jetzt einfach so aus dem Bauch heraus. Ja? Und, ähm, das heißt, dann Hunde sucht und das hier popp, das hier popp, das hier popp, alles raus und dann gibt es Fußarbeit um das Suchengebiet drumherum und dann wird voran auf das hier geschickt. Ja? Das ist zum Beispiel, das ist schon tricky. Ja? Was ist denn hier die Schwierigkeit beim Voran? Hat da einer eine Idee? Was könnte denn bei dem Hund passieren, wenn der jetzt von da nach da läuft, was nicht so geplant ist? Ja? Also für die Aufgabe muss dein Hund schon, ich sag mal, also auf jeden Fall, wenn wir jetzt, ähm, vom, vom Team Jagdfieber ausgehen, ja, äh, würde ich sagen, also mindestens, also eigentlich Standard-Dummy, man könnte es aber auch schon mit dem Pocket-Dummy, weil im Pocket-Dummy geht es darum, dass man das voran über den Geländeübergang übt, ja? Und im Standard-Dummy geht es darum, dass man schon die ganzen Element zusammentut. Im Starter-Dummy lernt man ja die einzelnen Elemente einzeln, ne? Genau, okay. Äh, Christina gefällt die Aufgabe. Sehr schön. Auch ohne vorherige Verletzung, genau. Äh, Eva sagt Fallstellen, er geht in die Suche. Genau. Hier, das hier. Das ist alles voller alter Fallstellen, ja? Ähm, da sagt viele Hunde. Ja, aber, hm? Oder, ähm, genau, alte Fallstellen, er sucht eventuell weiter, genau. Fallstellen, 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 genau. Dass der Hund nicht zu früh in die Suche geht. Genau, perfekt. Das ist genau das große Problem. Was kann man denn daran ändern? Also sagen wir mal, wir wollen ja, wenn der Hund jetzt wieder neu startet, ihn nicht gleich so frusten, ja? Wir wollen ja nicht gleich sagen, und jetzt schicken wir ihn da durch und da muss er dann durch. Was könnte man denn jetzt machen, damit das leichter ist? Also, dass er eben nicht hängen bleibt an den Fallstellen. Mir fallen da jetzt spontan so zwei bis drei Sachen ein. Vielleicht fällt euch ja dazu auch was ein. Ja? Also, was könnte man hier machen? An der ganzen, also entweder am ganzen Aufbau oder an dem, was man so hinstellt oder wie man auch schickt, ja? Eigentlich fallen mir jetzt schon vier Sachen ein. Ja? Das ist immer das Schöne. Man hat eine Aufgabe und dann kann man die immer, je nachdem, ob man sie schwieriger oder leichter machen möchte, verwandeln. Genau. Eva sagt, perfekt, genau, ins Gelände reingehen. Also, du schickst dann von hier. Genau, ja? Also, du schickst dann von hier und raus sozusagen. Also, hier ist dann zwei. Ja? Dass man also nicht ganz nach oben geht und das ganze Gebiet schickt, sondern nur von hier. Perfekt, genau. Ähm, Gwen sagt, das hier sichtig legen. Genau. Ja? Zum Beispiel auch an einem Stab oder so. Ja? Dass der Hund das hier sieht. Ja? Ähm, genau. Ähm, Suchengebiet gehen und rausschicken auf den Wind achten. Genau. Wind achten. Sehr gut wieder. Genau. Dass man zum Beispiel auch, wenn man jetzt möchte, sollte man eigentlich nicht so oft mit, ähm, voran, sollte man nicht mit Frontalwind arbeiten, weil dann fängt der Hund an, so zu gehen, sondern eher mit Rücken- oder Seitenwind. Ja? Da muss man gucken. Aber ansonsten müsste man mit dem Wind jetzt nicht so ganz so aufpassen, weil ja keine Dummies mehr da sind. Ja? Also, alte. Also, sind natürlich alte Fallstellengerüche da, aber jetzt keine echten Dummies mehr. Ähm, zuerst das Vorankristel wäre schwierig, weil dann sind die ganzen Dummies noch da. Ja? Ähm, nach dem Voran eine große Suche. Genau. Aber dann kann man nicht durch die große Suche durchschicken. Ja? Dann ist sozusagen der Gag der Aufgabe nicht mehr da. Ähm, das ist alles richtig. Man kann aber noch was anderes machen. Noch, noch zwei Sachen, ähm, die, äh, müsst ihr mir so im Gelände mal überlegen. Also, alle, die im Team Jagdfieber waren, wir hatten da so eine Challenge. Ja? Achso, Frank sagt nochmal Pushen. Ja, aber Pushen ist keine, keine, keine Hilfe. Also, wenn ich davon ausgehe, ich muss meinen Hund pushen, dann ist die Aufgabe zu schwer. Ja? Ja? Pushen ist für mich eine, eine Ultima Ratio. Das heißt, mache ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Wenn euer Hund durch etwas durchgepusht werden muss, dann, äh, würde er es ja sonst nicht tun. Ja? Also, das würde ich nicht planen. Ja? Also, ich würde jetzt nicht sagen, ja, und wenn er es nicht kann, dann pusht du ihn. Ne? Kann man mal machen. Aber würde ich jetzt nicht so als Aufgabe planen. Ähm, man könnte die Dummies erst am Anfang legen. Das verstehe ich nicht genau. Äh, markante Geländehilfe, zum Beispiel ein Baum. Ja, genau. Das wäre ja sozusagen das hier wie, ähm, wie ein Stab oder so. Ja? Leitlinien kann man auch machen. Leitlinien ist nur schwierig, wenn man das in der Suche macht. Ich mache es euch mal ganz einfach. Guck mal, was passiert denn, wenn du aus dem hier das machst? Ist die Aufgabe genauso schwer? Ja? Alleine das ist schon so. Ne, jetzt ist es total Pipi-Aufgabe geworden. Ja? Durch 20 Meter durch ein Suchengebiet. Oh, wow! Das ist richtig. Das ist wirklich schwer. Ja? Aber zwei Meter? Mal ganz ehrlich. Dann ist das ja hier so wie so ein Graseimer. Grasbereich. Ja? Graseimer. Ja? Also, ihr könnt auch einfach, äh, das Suchengebiet, ja? Dann macht ihr das halt nicht als große Suche, sondern dann bringt ihr euren, dann schickt ihr euren Hund hier in die kleine Suche oder eine mittlere Suche und macht da Pocket Dummies draus. Ja? Und schon ist die ganze Vorangeschichte wieder einfacher. Aber da deswegen wieder der Start der ganzen Geschichte. Wenn ihr möchtet, dass euer Hund ein bisschen läuft, dann muss die Suche hier größer sein, ja? Und dann macht ihr halt entweder das voran, äh, dass ihr von hier startet oder dass hier in Sicht ist oder auch zum Beispiel, dass ihr einfach von hier dann schickt. Ja? Man kann ja auch dann Fußarbeit durchs Gelände machen und dann von da schicken. Ja? Ihr müsst euch immer überlegen, das haben wir ja letztens im Team Jagdfieber auch wieder sehr oft besprochen. Ihr müsst euch immer überlegen, was wollt ihr trainieren? Was ist der Sinn der Aufgabe? Was wollt ihr hier gerade machen? Nicht einfach, oh, das ist eine coole Aufgabe, machen wir. Sondern was ist für euch in dieser coolen Aufgabe der Sinn? Und dann trainiert man das. Und dann macht es nämlich auch Klick beim Hund. Und dann macht es auch Spaß, weil dann wisst ihr ganz genau, was ihr achten müsst. Ja? Ja? Okay. Also, das war's schon wieder für heute. Jetzt gleich starten wir in die Fragerunde um 20 Uhr im Team Jagdfieber. Das heißt, alle, die jetzt hier gerade da sind, ich sehe schon, dass ihr im Team Jagdfieber ja auch seid. Wir sehen uns gleich wieder beim Live. Ich mache gleich das Zoom auf. Ab halb könnt ihr rein. Und, äh, ansonsten für alle anderen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder zu Dummy Kompakt am Donnerstag um 19 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne 14 Tage und, äh, bis dahin. Tschüss!